Bevor das Video beginnt, verlose ich jetzt zur neuen Season 7 dreimal den neuen Battle Pass. Um mitzumachen, einfach nur einen Kommentar schreiben und euren Instannamen dazu, damit ich die Gewinner dann anschreiben kann. Und im nächsten Video werde ich nochmal alle Gewinner erwähnen. Also ja, macht auf jeden Fall alle mit und los geht's mit dem Video. Also hier im Shop könnt ihr schon direkt sehen, hier die Weihnachtsgins, Glühweinagentin, Jewelside Ranger und der Kuschelig-Hängegleiter. Also ich hab mir jetzt nur die Glühweinagentin geholt, weil der gefällt mir irgendwie nicht. Und dann noch passend dazu, die war doch nicht nötig gewesen, Spitzhacke, halt so als Geschenk verpackt. Also die Skins waren jetzt fast ein Jahr nicht mehr im Shop, also die waren echt sehr selten. Tut mir auf jeden Fall leid an jeden, der sie bis jetzt hatte. Aber ja, ich denke die Weihnachtsgins, also Legkuchen-Skins und Nussknacker und so, werden auch noch kommen. Ja, ich werde gleich auf jeden Fall ein bisschen Duo spielen. Mein Mate, mit dem wir spielen, der hat auch einen YouTube-Kanal, den verlinke ich euch mal unten in der Beschreibung. Er streamt, glaube ich, fast jeden Tag und da bin ich auch mega oft dabei, also... Also ja, lass ich mir auf jeden Fall mal ein Abo da, und ja, los geht's. So, okay. Äh, lass mal noch ein Puzzle, oder? Jo. Ist das denn überhaupt Gegner? Hm, ja. 2. 2,80. So, okay, wo sind die? Ah, bei mir. Wehe. So. Bei mir kann auch ich ja. Okay, hab den bei mir. Hier. Hier. Hier, komm. Ich bin bei dir. Ich werde gefutscht. Sehr schön. Der andere ist auf SWO. Er hat einen Headshot. Ah, der hat eine Acker. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr findet, dass jetzt, äh, die Weihnachtsgäns wieder im Shop sind. Und, äh, ob ihr euch die auch geholt habt. Wollst du den? Wollen wir zu den? Ja, die wissen halt, dass wir über die Situation haben. Hä? Meine Gingesgedreht. Okay. Und vor uns? Einer hat Glück. Einer hat Jagd gewählt. Hä? Also. Was ist das? Ich bin derge. Ich kann nicht wachen, ich habe keine Mets mehr. Nee, der fliegt. Der ist Wonshot. Bei mir sind noch welche. Kannst du eben helfen, oder? Ja. Ich glaube, zwei Stücke. Einer hat Headshot. Bei uns kommen noch welche. Auf den anderen. Hier, vielleicht ist noch mehr. Hier ist gerade bloß ich Action. Warte, ganz kurz. Ich habe den anderen. Den anderen. Es kommen welche, es kommen welche, es kommen welche. Nur die Nein. Ich habe einen. Da sind noch mehr Leute. Warte kurz, ich lege jetzt mal das einfach nach. Ja. Ich hätte einen Jump-Heads. Ich habe einem 150 Geld gegeben. Hab einen. Nice. Nice. Ich habe einen. Nice. Oh, fuck. Wo soll ich das Jump jetzt inbauen? Weiß nicht, ich hab 40 Leben. Setz hier schnell. Ich muss weg. Trink erst, trink noch der Mini. Ich hab auf dieser Zerpline. Lass dich einfach hier abfangen. Hier warten. Nein, nervt so. Ich hab nicht, ich bin nicht mehr viel zu bauen. Wow. Ich kann nicht, ich hab nicht mehr. So nicht so, ne? So nicht so, ne? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Einer down. Die noch zu. Ich hab eine. Headshot einer. Was soll ich da machen, Leute? Und... Haha, ich wüsste es. Einer Headshot. Nice. Hä? Ich hab einen Time-Hot. Hä? Ich hab einen Time-Hot. Hä? Kaffee. Einer down. Gut. Die Karte, meine. Okay. Oh, sorry. So, das war's auch schon mit dem Video mit dem neuen, beziehungsweise alten, ähm, Weihnachtskind. Ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und fängst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.